Nach dem 1. April 1988 habe ich bei der Südenergie angefangen. In der Zeit habe ich nach der Kompanie Generalpol Gas und Elektrizität gearbeitet. Papa hat es jahrelang heimgeschafft, quasi 30 Jahre. Der Betrieb kann für Kleingemund, weil ich auch immer hin, dass er in den Vakanzenszeiten kommt. Das ist doch immer so, dass ich anderthalb Jahre an Pension werde gehen. Mein Aufholscher ist die Rolle. Ich versuche das nicht so gut wie möglich alles zu erklären. Ich bin aber gerade so froh von der anderen Seite, dass die Rolle auch Thema sein muss für die Arbeit die Interesse hat. Mein Aufgabenbereich bei der Firma Südenergie als responsable von der Gasdruckregelanlage, das mache ich zusammen mit Raphael Patrick. Er hat ganz viel Wissen von der Firma und kann das auch ganz gut weitergehen. Was ist das, was ich an der Schule anbieten kann? Also die Gyscherschnittstellen zwischen meinen Hobbys an der Arbeit sind schon als Kanscher nicht mehr gerne gemält, bei der Heim oder auch an der Schule. Und dann, als ich den Beruf gelehrt habe, ich bin ein bisschen Zäschnungen machen, technische Zäschnungen. Da tut mir manchmal viel Spaß gemacht. Da tun ich natürlich auch mal daheim auf die Südenergie brüchst. Was gemacht wird, wird viel digitalisiert. All die 360 Anlagen gehen an ein Archivierungsprogramm abgeladen. Das macht man gerade zusammen. Ich probiere immer meine Ideen herbeizubringen, wie man schon viel herausfand. Patrick kann man mehr von der Bause weisen, und ich kann die Mordböe sagen, die Bannen am Computer weisen. Was man verbindet mit einer Gasdruckregelanlage, ist, dass Präzision genau ist. Eine Regelanlage muss genau angestellt werden, und die soll auch mit dem Druck funktionieren, wie sie angestellt ist. Das ist der Zweck von einer Gasdruckregelanlage. Es ist auch ein bisschen so gepolt, dass ich ziemlich genau sehe. Ich habe auch so ein bisschen pedantisch, auch an meinen Berufswerken, sowie privat an. Das ist ein bisschen so eine Verbindung, die da entstehen muss. Die Anlage, die gerade platziert wird, da wird einfach nicht mehr die Al-Anlage getauscht, für die Dornlager sich auch entwickeln, und Sicherheitstechniken hochgehen. Das ist das, was ich immens appréciere, das für einen Raum zusammenzuschaffen. Das ist ein junger Kerl, der uns motiviert, und da wird eigentlich noch ein bisschen ein Schub für ihn, noch ein bisschen weiterzuführen. Ergänzungen ist ganz, ganz gut. Er bringt Ideen an, so gut wie ich auch. Ein Handwerk, die einer bei uns ist, ich weiß, was zu machen, also das ist wunderbar. Ja. 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 Ja.